So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt Fisherman Town schon ganz gut gestartet, sind aber am Hafen. Das war eben Hafen, das Ende. Da haben wir versagt. Und der Marc postet hier auch noch das Resultat seiner Mordes hier. Da war ich alleine, Solo unterwegs. Das war vorher. Solo auch noch? Ja, B-Wort da oben. Da sind doch die ganzen Lutscher im Wasser da. Was machen die denn da? Keine Ahnung, voll Idioten. Gehst doch schnell weg, ja. Dann sind sie feige, ne? Ja, das ist so erbärmlich eigentlich, ne? Also, wenn ich so eine Kette mache, dann ziehe ich da noch durch. Ja. Ja, das ist schon ziemlich erbärmlich, so Leute. Da kommen sie immer geil vor, dann kneifen sie aber doch, das ist so lächerlich, ey. Wenn man macht es ganz oder gar nicht, alles andere ist erbärmlich. Richtig. Ah, ja. Aber da sind wir hier erstmal allein, das ist auch schon mal schön. Oh, eine Granate. Mal, guck mal. Nein, das war ich nicht. Das war ich wirklich nicht. Die ist dahin geflogen und das habe ich gesehen und ich wollte dich warnen. Ja, ja, die ist dahin geflogen. Aus deiner Hand ist die dahin geflogen. Nein! Ich kack mir eine. Nicht aus meiner Hand. Die kam aus deiner Tasche, in deiner Hand und dann ist sie geflogen neben mich und dann ist sie explodiert und ich war tot. Zufälligerweise genau dahin. Du kannst keine Granate in diesem Spiel präzise werfen, weißt du? Wann habe ich denn jetzt hier zwei M4s? Ich bin ja ein geiler Typ. Kannst du hier so Rambo-mäßig in jeder Hand eine nehmen. Das wäre geil. Das wäre geil. Oh, sorry, weil ich... Ich habe einen nervösen Finger anscheinend erscheint. Weil ich von Obers schieße. Wenn ihr schießen dürft, darf ich das auch. Schießen dürfen nur Profis. Ja, gut. Habt ihr gerade nur eine Runde zusammen gespielt, oder? Das war schon schlimm genug, kann ich dir sagen. Ne, stimmt gar nicht. Wir hatten vorher schon eine, da sind wir... Das war doch an diesem Haus da mal, weißt du? Wo wir da weggeholt wurden. Ja, ja, ja. Schöne Granate. Oh, Schöne Granate. Oh, Schöne Granate. Ich war das doch, aber gar nicht. Ich war da noch ein Sechster-Visier. Gibt's doch gar nicht, oder? Nö, aber ich wollte es trotzdem machen. Ah, wir sind in der Zone, Leute. Super gut. Sehr schön. Wir sind die Zonis. Was ist denn hier los? Hä? Hier liegt bei mir ein Erste-Hilfe-Kasten. Ich kann den hier aufnehmen. Weil du voll bist. Nee. Oh, wenn ich ins Inventar gehe, dann ist hier nix. Wie denkst du das in der Tars leer? Nein, nein, in der Umgebung liegt nichts. Ja, das hatte ich mit der einen Waffe neulich doch auch. Ja, mit der AK, ne? Hast du, war da ja so. Es liegt jetzt natürlich auch ne MP5 angeblich, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Was ist das für ein Scheiß-Spiel? Das hatte ich aber letztens, vorhin auch mit ner, ähm, wer ist das? Na, Waffe. Da hab ich eine Waffe auf den Boden geschmissen und hab sie wieder aufgenommen, dann konnte ich das aufheben. Das probier ich mal aus. Das liegt ja nicht bestimmt ne Granate. Uh, da steht ein geiler Jeep. Mal gucken. Nicht jetzt die M-Katz. Ne, geht leider nicht, schade. Aber ein weiterer Versuch war es ja. So. Der Gunner fährt nen dicken Jeep. Du da, du da. Nimm mich mit! Der ist so geil, der kann nicht mal hupen. Unhonkbar. Unhonkbar, honk, 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 honk. Surprise, what the fuck? Ich hab keine MP5 gefunden. Ne, ist zu kurz. Ich hab mal. Red Dot. Ne, danke. Ich hab auch ne MP5 willst du haben. Ich hab nämlich noch ne Vector. Dann kann ich noch die nehmen. Wenn du sie nicht haben möchtest, bin ich sie nur... Oh, das ist schon nicht verkehrt, aber ich kann sie dir auch geben. Ich hab noch ne MP12 für ein bisschen Range mit 4er scope. Ja, dann bin ich... Nehme ich dann die Vector halt. Geht auch. So arg viel geben die sich jetzt auch nicht. Guck mal und hol mein... Meine neue Tötungsmaschine ab. Ich zieh dir jetzt mal was an. Danke. Okay. Braust du ja welche Munition? Wahrscheinlich mal in einem Meter. Ähm, ACP 45 und 556er. Ja, hier nämlich 56er von mir. Nehme ich mich die. Nehme ich mich hier holovisieren drauf. Wollen wir uns irgendwie wegbewegen woanders hin, irgendwo hin, oder? Brauch hier mal noch ein Zweier-Visier. Ne, hab ich zwei von. Geht ganz neben, ne? Ich hab grad unentschieden, ich schmeiß die hier weg. Ne, ne, die mit. Wir haben das mit, ohne ne Granate daneben zu legen. Ich bemühe mich, Alter. Oh, er bemüht sich. Am Ende stand dann drin, Palmaris hat sich stets bemüht, die Leute nicht mit seine Granaten in die Luft zu jagen. Hier ist noch neun Millimeter Munition für die MP. Ah, sehr gut. Ich hab jetzt mit einem über 300 Schuss, glaub ich. Aber 300 ist müssen übertrieben. Wer weiß, wie hart das wird. Jetzt müssen wir langsam auch ein bisschen aufpassen hier, weil ich glaub, so langsam könnten hier Leute eintrudeln. Ja. Da sitzt man ein bisschen ab vom Schuss. Die Frage, ob wir auf dem Gelände hier bleiben wollen, oder? Auch eigentlich ist das erstmal nicht verkehrt. Wir kommen ja auch hier ganz gut weg, wenn es sein muss. Warte, warte, warte. Sehr schön. Oh, ich bin rausge... Eine Granate. Nein. Doch, ernsthaft, hab ich gerade aufgesammelt. Sagst du doch nicht, nein. Nein. Mk-12 oder M4? Ja, ich hab mir die Mk-12 noch mitgenommen. Die Mk-12 ist auf Range besser als die M4, glaub ich. Hm. Ja. Mach mal hier von nur ein Päckchen mit. Ich benutze die Mk-12 wirklich auch nur für den Fernkampf. Sonst die Mp-5. Sehle ich doch ein 2 erst gehofft, wenn ich dann noch eins will. Ja. Für meine M4 dann. Von dem 5,56 habe ich nämlich einen Haufen Munition. Wenn man die ACP-Munition ausgeht, dann switche ich auf die M4. Warte hier, ich hab's dir aufgesammelt. Wie? Hat noch einer ein Holo? Äh, ich hab'n Red Dot. Ne, das hab ich selber. Sonst scheiße will ich nicht. Hab ich gerade geworfen hier. Ich mag's Red Dot auch nicht so gerne. Das freut dich nicht. Warte, warte, warte. Ich hab'n Holo. Wenn ich dir dann geben. Ja. Vielleicht hier nicht an der Tür unbedingt. Oh Mann, wir stehen da schon ein bisschen. Ja, wir stehen an der Tür. Warte, warte, warte. Ja. Äh, warte, dann nehme ich mir... Ach, das Wetter, das ist zweckig. Ne, ich hab's hier hingelegt. Ach. Achso. Ich bin mir nicht sicher, hab ich gerade eine Scheibe gehört, ob die kaputt geht. Oder hab ich Halluzinationen ab. Vielleicht auch beides. Halsunilationen sind nicht gut. Halsunilationen, genau die. So. Ich find, hier lieg' ich gut. Hui. Hui, da können wir schön rausgucken hier aus dem Fenster. Ach, guck mal einer an. Und unsere Zone ist noch direkt hier vorne. Äh, sind wir drinnen in der Zone oder nicht? Äh, ne, ja, wir müssen zwei Meter nach Süden gehen. Jo. Ich bin da bei der Klasse. Was weiß ich, glaube ich, schön. Da oben in die Halle vielleicht, würde ich sagen. Jo. So. Hier ist noch ein Zweierskop. Ne, jetzt hab ich genug, danke. Ich bräuchte vielleicht mal noch was zum Heilen. Obwohl, eigentlich nichts. Heilung hab ich auch nichts. Ich hab zwei blaue, hab ich. Heilung hab ich da. Da ist noch Heilung geblieben. Genau. Will noch mehr eine Holo? Nee. Hab ich jetzt alles... Äh, doch, eins brauche ich noch. Tatsächlich noch. Das war ja noch ein Red Dot. Da. Braucht noch ein Magazin für die M4. Das war ja Scope, mein Gott, echt. Das ist nur zwei Scopes. Das ist ja schlimm. Ja, für die MK hätte ich ja noch eine Vierer, aber... Die sind Bandagen. Ja. Wir könnten sogar mit dem U-Boot notfalls rüber. So. Schön, wie er die Granate einsammelt, bevor er der Markste nimmt. Oh Gott. So. Da muss ich da aufpassen. Irgendwann hat der Witz auch mal ein Bart, ey. Das stimmt. Ja, aber noch nicht. Erst in der nächsten Runde. Oh. Woher geht's jetzt richtig los, dachte ich? Ich hab 300... Was hab ich? 331 Schuss für die MP5. Man weiß ja nicht. Das ist geil. Alter. Ich hab 450 Schuss für die M4 und MK12. Und 95 für die Vector, ja. Oh, jetzt so ein 8-fach Visier darüber auf die andere Seite snilpern. Da fährt ein Boot. Äh, wo? Ah. Um Ping. Da sind auch Leute. Haha, getroffen. Haha, getroffen. Haha, nicht getroffen. Wo denn? Da am Hügel. Lauf zu hoch. Jetzt seh ich's nicht mehr, wenn die Band nicht mehr gerendet hat. Da rechts ist ein Drop. Den können wir mal ein bisschen im Auge behalten. Der hat geschissen heute ab. Mhm. Das Ding schwebt hoch. Siehst du das auch? Ja. Den kann man nicht holen. Ja. Das ist unholbar. Alter, was ist das denn? Die haben da falsch Gas da reingefüllt. Das ist Helium drin. Richtig. Die haben das Kabel nicht gekappt. Das ist nicht zu unten. Das ist nachträglich wieder runtergefallen. Er ist runtergeploppt. Das ist ja witzig. Da laufen zwei. Ja, das sind die zwei wahrscheinlich. Mhm. Die laufen zum Airdrop. Die wurden gerade beschossen an der Straße. Und dann rennen sie dann. Was ist das nochmal Ping? Ach da, ich seh sie. Schon gut. Der schießt doch nicht. Dem geht's zu gut. Ich will jetzt aber warten, bis vielleicht mal einer hinschwimmt zum Drop oder so. Ich treffe leider nichts, ey. Ja, die Flug... Wie weit ist denn das? 500 Meter? Flugzeit ist schon ziemlich... Alter, geht hier einer zurück. Mhm. Der andere sitzt da unten. Ja, er läuft jetzt aber auch hoch. Alter, da kann ich echt... Weil beim Bogenschießen fliegt man Pfeil schneller, ey. Ohne Witz. Das ist so lächerlich. Ah ja. Äh, wir müssen übrigens aus der Zone raus. Oh! Aber wir müssen also da hinten, wo wir gerade auf die Leute schießen. Kann das sein? Das ist wie gut. Aber wir haben es ja vertrieben da hinten. Na, hoffentlich. Wir gehen mal hier runter zum Hafen. Vielleicht ist das ein Schiff. Ja, wir können ja auch hart nach rechts, nach links fahren. Wir müssen nämlich eh nach links zum Ocean Park. Hier ist ein Airdrop. Hier bei uns. Hier unten. Vielleicht. Ist das U-Boot hier auch, oder? Ja. Dann soll ich das U-Boot nehmen. Ist doch schon mal sehr gut. Was hast du gefunden? Ein Vierer-Visier. Sehr gut. Und eine VKS nehme ich aber nicht nochmal. So, mal kurz darüber glotzen. Ah, schönes Magazin für die M4. Wie ist das U-Boot? Warte mal. U-Boot ist da, könnten wir auch nehmen. Landen wir aber in der... in der Todeszone tatsächlich mit. So, dann haben wir nichts gewonnen. Hier ist ein Jeep. Wir könnten am Ufer lang fahren. Ob wir vielleicht ein Auto, äh, ein Boot sehen. Das ist, glaube ich, jetzt hier unsere einzige Schanze, hä? Ansonsten schwemmeln, schwemmeln, schwemmeln. Ja, da müssen wir schwimmen. Wo ist denn die wichtigste Stelle? Zweieinhalb Minuten haben wir noch. Ein bisschen können wir noch gucken. Ah, das Boot, kalt zu. Ja, aber das Boot ist natürlich jetzt die beste Alternative. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wo wollen wir hin? Nach links, eher. Nach links. Links ist Todeszone. Also nach Ost, nach Westen, meinst du? Ja, jetzt, jetzt fahr nach, äh, ja. Wir wurden hier gerade beschossen von da. Ja, wir müssen bleiben. Bei dem... Bei dem Drop vielleicht. Da haben wir nämlich auch ein bisschen Steine hier. Ich weiß noch mal drin. Oh, schoss. Ja, ich weiß nicht von wo. Ich weiß aber nicht, von wo wir beschossen werden. Wir müssen nach links. Fuck. Wieder, ah. In die andere Richtung. Das ist jetzt blöd. Vielleicht doch hier in das Boot und dann... Komm, Marc. Mach, mach, mach. Schnell, schnell. Ich weiß nicht, wo die sind. Die haben mich betroffen. Ich auch nicht. Rechts irgendwo. Ah, am Felsen. Hier unten am Felsen. Fuck, bin down. Bin tot. Einer ist tot. Boah. Naja, also mit hier am Felsen konnte ich nichts anfangen. Da waren überall Felsen. Ja, ich hab gepinkt. Hab ich nie gesehen. Da sind zwei direkt. Die beschießen sich aber gerade gegenseitig. Die beschießen sich gegenseitig. Seid ich gerade, ja. Vielleicht tauchst du lieber. Genau. Du bist auf jeden Fall in der Safe Zone. Tauchst so lange du kannst und schwimm nach so ein bisschen links. Ja. 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 Du hast noch Luft. Ja, noch über die Hälfte. Das sind alles hier Abno-Taucher. Da ist ein großer Felsen. Nein, fick dich doch ins Knie. Die letzten zwei Meter ist so undankbar, ne? Ja, Marc, warum hast du ja keine Granate geworfen? Hä? Achso, ja. Ich bin Spezialist drin, ich weiß. Aber nee, ich halte hier für meine Freunde auf. Ich habe nur 39 Schaden gemacht. Da habe ich den einen da vor ein paar Mal getroffen. Krass. Naja, ich schätze mal, dass du die Entfernung, den Schaden reduziert, ne? Ja, trotzdem, ich habe den bestimmt vier, fünf Mal getroffen. Obwohl, nee, so fast gar nicht dreimal, viermal, dreimal. Naja. Aber gut, hier macht ihr eh relativ wenig Schaden, macht man hier immer im Spiel, ne? Ist ja schon ein bisschen auffällig. Ist kein Rainbow, wo du mit einem Kopfschuss ein Tötest? Ja. Das ist nicht mal ansatzweise realistisch hier, aber gut. Sei es. Das ist nicht mal ansatzweise realistisch.